Das perfekte Promi-Dinner. Ich schreit Hunger. Vier Vox-Makler lassen die Hütte brennen. Das ist aber echt ne geile Party. Das ist voll geil. Toto Rosello, Ghanem G-Saal, Oliver Mösch und Simone Voss. Dann will ich sagen, jetzt geh mal essen. Komm, geh mal. Das perfekte Promi-Dinner Mieten kaufen wohnen Spezial. Sonntag 20.15 Uhr.